Ja! Wow! Es ist das Beste! Weißt du? Aufnahme startet... So, die Tür ging ja alleine auf. Ich geh da hin und die Tür geht auf. Alter. Wo zur Hölle gibt's hier ne Waffe? Warum ist hier einfach da hin, wo die Shotgun eben auch war? Weil ich nicht mal weiß, wo ich bin. Also hier ist Scharfschutz-Munition, aber keine Waffe. Und ein paar Milliarden explosive Fässer. Wo bist denn du? Sagt mir das! Ah! Waffen-Shotgun! Was ist mit Marvin? Marvin ist so still. Ja, ich bin am Überlegen. Suche Waffen. Dieses Mäh! Ich schalte das mal aus! Mäh! Okay, ich bin wieder im Hauptraum. Ich bin wieder... Da, wo wir immer sind. Ui, ne Shotgun! Danke, Flo! Das, wo bist du? Ah! Hi! Hi, Nico-Chan! Hallo! Ja, ich kann meine auch her. Nico-Chan! Warte, hier liegen noch mehr Waffen! Hier gibt's Reifels? Achtung! Alter, du hast es getroffen! Ich hab' auch gesagt, Achtung! Ja, das ist ja nicht gemacht. Ich stehe da so, guck' grad um die Ecke und dann hör' ich nur noch, Achtung! Vielleicht auch Neunungen. Ich weiß es noch nicht so genau. Warte hier, Reifels! Boi, die Fläche! Nico-Chan! Loil, guck mal, alles so komplett kaputt und hier hochmodern. Ja gut, hochmodern. Ja, der Boden nicht so. Hochmodern, so. Wurde auch oben, oder was? Nee, nicht oben. Wir sind unten in so einem Computerraum mit ganz vielen Flatscreens. Also, warte, ey. Ey, was, ich war mal wieder runtergefahren. Da war ich grad auch. Der war... Ich hab' auch Martens Zimmer. Martens Zimmer. Komm mal, was auch immer das für eine wichtige Liste ist, ich hab' sie kaputt gehauen. Hallo! Martin! Manuel ist auch noch! Okay. Das war easy. Ey, wer klemmt mich in hier? Alter! Ey, welcher du... Boah, Kalle, bist du eigentlich nicht? Äh? Äh, ne, Entschuldigung. Boah, ich hör's nur. Welcher... Boah, Kalle, ey! Bist du... Marvin, lern mal lesen und schreiben. Ich will auch Waffen. Warum denn schreiben und lesen und schreiben? Piu! Ey! 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 Ich hab jemanden getroffen, ne? Ich hab' nen Hitmarker gesehen. Ich hab' einfach... Ich hab' einfach... Ich hab' einfach Nosekop irgendwo reingeschossen. Traitor, er ist Kalle. Ja, hier. Ich bin Traitor. Ich glaub, Kalle ist Traitor. Der hat mich grad' geschossen. Ich glaub' Marvin. Ich glaub' Marvin. Mann! Wisst ihr, wie scheiße das ist? Einmal Manuel, einmal Marvin und einmal Martin! Ich. Und dann, wenn ich sterbe, rufe ich Mar... und keiner weiß, wer gemeint ist. Warum hängt der Keypad in der Luft? So. Einmal für die Zuschauer. Niko-Chan ist Marvin. Der Martin sollte sich selbst erklären. Und Crazy Lock ist... Manuel. Und Curry King ist Kalle. Achtung! Ah! Danke. Hier ist irgendeiner rumgeflogen. Hier rumgeflogen. Hier rumgeflogen. Ist dunkel. Kaschenlampe. Äh, Flo ist tot. Warum? Ich hab' seine Leiche gerade gefunden. Ah, das ist wegen der Keypad. Und ich wurde... Warum bist du angehittet? Ich wurde angehittet. So, ein Traitor ist weg. Alles klar. Mal, wenn ich hasse dich. Easy, Alter. Easy, Alter. Easy, Alter. Alle lernen mal bitte... Lern mal bitte aimen, ne? Das brauchst du ihm nicht zu erzählen. Was weißt du, warum er MBT installiert hat? Ey, du hast auch meine Waffe. Hör auf mit dem Scheiß hier. Werd witzig. Ne, ich muss erst die AG drücken. Mann, wir haben nur die Waffe. Wer hat mir die jetzt geklaut, ey? Manuel. Ich bin im Keller. Wer zum Fick ist... Manuel, geh da weg! Hier ist eine Reifel, wenn wir die haben jetzt Marvin. Alter. Du hast schon eine... Ach so. Ich hab eine neue Reihe. Was ist das? Ich hab... Für fast reingerannt. So ist das, was geht mir ab. Kann auch. Hey, schon allein. Tja. Ja, wer... Manuel mit der Sniper. Ja, äh... Toll. Ich war bei dir. Ich war bei dir. Ja, ich kenn nur dich. Und du hast einen Sniper. Aber ich war bei dir. Ja, ich weiß es nicht. Doch ich aber. Ich denke, wir haben ein Problem. Hallo. Ich hab keine Sniper. Der Manuel liegt ermordet in irgendeiner Ecke. Hat der eigentlich jetzt schon jemand weggeräumt? Die Sauerei kriegt doch keiner mehr weg. Ruf an den Hausmeister an. Was machst du da? Ja, ich lauf hier rum. Also... Ich würd mal schätzen... Kalle, schieß auf mich. Och Marvin. Nein! Ma... Hä? Hä? Ich hab nichts gemacht. Hä? Nein, warte, da! 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 Martin ist da! Ja! Geil. Nicht nur sein Charakter macht Geräusche beim Sternenflor auch. Ach, ne! Hä? Was hattest du mit Gerflor? Die anderen hab ich nicht gesehen. Ich war an dir vorbeigelaufen, Idiot. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Das ist halt echt so. Doch! Doch! Ich bin aber direkt neben dir her gelaufen. Du hast sogar einmal kurz mich angeguckt. Ne, nie im Leben. Doch! Ich war die ganze Zeit im Keller. Ich hab's auf Aufnahme. Ich hab's auf Cam. Ja, ja. Ich hab's auf Cam. Ja, ja. Ich hab's auf Cam. Das war von Tim, ne? Ja, ja. Ja. Ich hab das auf Cam. Au revoir.